So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich glaube es wird an der Zeit, euch was zu zeigen, zu präsentieren. Ich habe hier einen Account, das ist aber nicht mein Account. Wir gehen mal kurz hier drauf, ihr seht, der hat 41 Pokémon, das ist nicht viel, das war das Startup-Pokémon, ein Glomander. Und passt auf, was jetzt da weiter drauf ist, wir haben hier einen Scaraborn, wir haben einen Chalelos, wir haben einen Relicant, wir haben einen Plauderguy, Veggie-Mag, nochmal Plauderguy, Jiu-Testo, Sodamag, Sodamag, Magnetilo, Shiny. Das sollte eigentlich gar nicht da sein, ist aber da. Wir haben einen Bisophank, noch einen Bisophank, noch einen Jiu-Testo, Chalelos, Selve, Maracamba, Venuflibis, Chalelos, ich glaube die können wir alle wegschmeißen, die Chalelos. Amonitas Shiny, das passt auch wieder nicht dazu, Furnifras, Sodamag, Sodamag, Tropius, mit 800. Simvulara, Kurdel, Pachirisu, Tobutz, Riolu, wohl gebrütet, Taurus, Chalelos, wie soll es auch anders sein? Was ist euch jetzt aufgefallen? Das sind alles Kontinentale, außer das Riolu und außer die zwei Shinies und außer der Starter. Wie gesagt, das ist nicht mein Account, das ist in einem kleinen Projekt entstanden, nennen wir es mal so. Jetzt kam uns die Idee, wieso machen wir daraus nicht was Großes, etwas noch Größeres. Denn das ist ein kleiner Account mit Level 19. Da sind jetzt bestimmte Regionale draufgefangen, das sind nicht alle Regionalen, die es gibt. Ihr seht ja hier im Hintergrund zum Beispiel Kangama, ihr seht hier Porenda, ihr seht Pandimus, Minon, Plusle, Corazon, sieht man hier so. Hier ist ja noch was versteckt. Na gut, da ist ein Taurus, aber das Taurus haben wir ja schon. Ich habe mir gedacht, wir gehen ja auf die 3000 zu. Das muss ich mal kurz hier weg machen. Wir gehen ja auf die 3000 zu. Und so hat mich der Schrotti auf eine Idee gebracht, die ich mit Hilfe ein paar meiner Mods jetzt umsetzen möchte. Beziehungsweise sind wir gerade schon mitten dabei, das alles vorzubereiten. Wer aktiv auf Discord ist, der hat von der ganzen Sache sicherlich schon Wind bekommen. Jedes Mal in den Streams heißt es, Ramses, wann verlost du mal wieder einen Account? Ramses, kannst du mal wieder einen Account verlosen? Ramses, ich würde gerne einen Account gewinnen. Und in letzter Zeit verlosen wir natürlich viele Kontinentale. Ich finde, das ist eine feine Sache, aber die einen wollen das, die anderen wollen das. Jeder braucht irgendwie fast jedes immer. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen es ganz einfach. Jetzt muss ich es wieder einblenden. Wir bereiten jetzt schon mal das 3000-Abo-Special vor. Ihr könnt dabei mithelfen, dass das was wirklich Großes, Brutales wird. Haben einen Account angelegt. Den ziehen wir hoch, bei dem raiden wir ein bisschen mit nebenbei. Weil auf diesem Account sollen alle regionalen Pokémon gefangen werden. Komplett alle. Selbst die, die hier sind. In Deutschland, in Europa, wie auch immer. Alles, was Rang und Namen hat, kommt da drauf. Ihr seht, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Es ist der 8. und 9. ist der Account Level 24. Der Account heißt Ramses3000Abos. Der Account ist Team Gelb. Ich möchte, möchte ich? Eigentlich möchte ich nicht, oder? 41 von 300 Pokémon. Ich kann dir mal ganz kurz hier zeigen. Guck mal da. Da ist schon ein Shiny Yorclef drauf. Da ist ein Shiny Dicta drauf. Da ist ein Shiny Tragosso drauf. Das sind jetzt noch keine Kontinentalen drauf. Aber ich möchte jetzt das 3000-Abo-Special schon vorbereiten. Ihr habt diesen Account, Ramses3000Abos, den wir, der hat keinen Besitzer, den wir jetzt angelegt haben, nachdem das Projekt mit dem anderen Account irgendwie Bock gemacht hat, da Kontinentale drauf zu fangen, aber eben nicht alle, nur bestimmte, sind wir zu dem Entschluss gekommen, wir hauen für das 3000-Abonnenten-Special einen Account raus, den wir bis dahin hochziehen, den wir mit komplett allen regionalen Bestücken, die es gibt, der durchs Fangen natürlich auch Shinies bekommt, alles mögliche. Er hat jetzt schon ein paar Freunde. Ich möchte euch jetzt hier den Trainer-Code zeigen. 5311 6009 2536. Jetzt haben wir alle drei Päckchen anders vorgelesen, anders gesagt. Wenn ihr Bock habt und ihr das Projekt unterstützen möchtet, bitte ich euch, alle geschlossen, wie ihr da steht, addet diesen Account. Ich muss mal gucken, ob ich das mache mit den Freunden und mit den Geschenken und alles. Ihr wisst ja, innerhalb von einem Monat habe ich es ja schon mal geschafft, einen Account von Level 1 bis Level 40 sozusagen hochzuziehen. Vielleicht überlasse ich das trotzdem ein bisschen den Mods auch. Da ist das mit den Geschenken aber nicht so gewährleistet, dass da jeden Tag wirklich permanent alles hin und her, aber es geht ja nicht um die Höhe des Accounts. Er wird sicherlich Level 30, 35 Spielen leicht erreichen, kann als Hilfs-Account dann verwendet werden. Es geht ja eigentlich eher um den Inhalt, um die Shinies, die vielleicht dann drauf sind, die auch eigentlich zweitrangig sind. Es geht wirklich eigentlich darum, dass der Account alle regionalen Pokémon beinhalten soll. Wenn ihr Bock habt, den zu gewinnen, dann verfolgt weiter den Kanal. Behalte das im Auge, denn sobald wir die 3.000 Abonnenten erreicht haben, es ist noch ein kleiner Weg, ich weiß. Wir sind jetzt bei 2.740 ungefähr. Wenn es gut läuft, kriegen wir jeden Tag 10 Stück dazu. Manchmal nimmt es auch ab. Nein! Aber wir sind auf dem Weg zu den 3.000. Road to 3K, das ist der Account. Darum geht es. Die Leute wollten unbedingt wieder mal eine Account-Verlosung. Wir verlosen nicht irgendeinen Account, wir verlosen einen kontinentalen Account mit allen kontinentalen Pokémon. Für die Leute, die bei den Verlosungen jetzt immer das Nachsehen haben, so kriegt ihr gleich alles auf einmal. Das finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Edit einfach den Account. Hälft ein bisschen mit, den auch noch ein bisschen voranzutreiben durch Geschenke, Glückseier, sonst was, ziehen wir den natürlich hoch. Im Endeffekt kommt es vielleicht euch selber zugute, wenn der noch ein gutes Level erreicht. Ramses, 3.000 Abos. Der Spezial-Account, ihr seht das nochmal hier, zeigen das nochmal hier an. Barsch war, wunderbar. Ramses, 3.000 Abos. Das ist das Projekt, in dem wir gerade stecken. Da, die knuspert schon wieder Nudeln, so wie es sich anhört. Wie findet ihr die Idee? Schreibt es mal rein. Die Leute sagen immer, sie wollen Kontinentale. Die Leute sagen, sie wollen Verlosungen. Sie wollen Gewinnspiele. Sie wollen sonst was. Sie wollen keine Ahnung. Alles, was jetzt an Legendären auch kommt, wird natürlich mitgenommen. Der tägliche Raid Pass wird auch jeden Tag genutzt. Wird mitgenommen. Vielleicht kriegt er sogar noch einen Shiny-Hetrain drauf. Mal gucken. Dann kommen ja Arctos, Zapdos, Chryselia. Vielleicht sind die auch dann alle Shiny drauf. Also, sehr gute Sache. Sehr gute Idee. Danke an Schroddi für die Idee, warum man nicht mal einen, warum man nicht einen neuen Account erstellt und da Kontinentale drauf hängt. Und an die weiteren Denkanstöße aus dem Mod-Bereich, warum nicht einfach alles hin und her und vielleicht rausgeben und an meine eigene Idee, es zu den 3000 Abos zu machen. Uh, ihr seht mich aber am wenigsten dazu beigetragen. Nein, aber ich werde mich natürlich, würde anbieten, das mit den Geschenken wiederzumachen, wie bei allen anderen. Ihr könnt euch mit dem anfreunden, wie gesagt. Edit den. Das ist der Freundschaftscode und dann bin ich gespannt, wie der in die Höhe geht, wie lange der braucht, wie lange wir brauchen für die 3000 Abos. Im Endeffekt, bis die 3000 erreicht sind, ist er vielleicht sogar Level 40. Wer weiß. Das wäre natürlich dann nochmal mega krass. Dann könnt ihr damit nämlich auch Pokestops einreichen. Ein Level 40er Account zum Pokestops einreichen, mit allen kontinentalen Pokémon drauf, die es gibt. Wenn das nicht fett und brutal ist, und das jetzt schon angekündigt als Special für die 3000 Abonnenten. Ihr könnt mithelfen, dass das was Großes wird. Haltet euch ran. Vielleicht habt ihr am Ende dann die Nase vorne. Das war's von meiner Seite aus. Ich muss eh ein paar Videos vorproduzieren für das Wochenende, wo wir beim Bejahler sind. Gönnt euch das. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Helft mit. Sahnt ab am Ende. 5 3 1 1 6 0 0 9 2 5 3 6. Steht sicherlich auch nochmal in der Beschreibung dabei. Ramses 3000 Abos. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.